Hallo zusammen, schön, dass du zu einem weiteren Tooltime-Video aus der Luminar Neo-Reihe einschaltest. Mein Name ist Björn und ich möchte dir heute das neue Tool Weichzeichnen vorstellen. Ich hoffe, das Video ist wieder interessant gestaltet und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe an dieser Stelle schon mal drei Bilder vorbereitet, mit denen ich dir das Weichzeichnen-Tool vorstellen möchte. Dafür müssen wir einmal in den Bereich Bearbeiten wechseln und finden das Tool dann in der Rubrik der Kreativfilter an vorletzter Stelle. Wenn wir das Tool aufmachen, sehen wir, haben wir hier verschiedene Möglichkeiten, Weichzeichnen auf unser Bild anzupassen. Dann haben wir die Möglichkeit, über die beiden Einstellregler Menge, die Stärke zu bestimmen und über den Winkel können wir auch noch mal so ein bisschen mit dem Weichzeichnen spielen. Gucken wir uns aber auch gleich an. Außerdem, derzeit noch ausgegraut, können wir den Weichzeichnen-Mittelpunkt positionieren. Diese beiden Einstellregler bzw. dieser Button, um diese Weichzeichnungsmitte zu positionieren, das ist in Abhängigkeit zur Stärke, zur Menge. Außerdem haben wir wie immer die Möglichkeit, das Bild zu maskieren. Das ist jetzt auch das Erste, was ich machen möchte, denn ich möchte natürlich nicht mein Porträt weichzeichnen. Das würde natürlich passieren, wenn ich jetzt hier die Stärke einfach mal hochziehen würde. Dann würde sich das auf das gesamte Bild auswirken. Das möchte ich aber gar nicht. Also muss ich mir jetzt hier erstmal über maskieren, AI, das Bild ein bisschen analysieren lassen von Lumina Neo und dann eben das Model, was jetzt hier ausgewählt ist. Das sehen wir jetzt auch. Wenn wir hier einmal zurückgehen und Maskierungsaktionen auswählen, sehen wir, hat er das Model sehr, sehr gut hier freigestellt. Aber in dem Fall will ich nicht das Model, sondern den Hintergrund anpassen. Also invertiere ich das Ganze und dann wird mir der Hintergrund ausgewählt. Gehen wir zurück auf die Anpassungen und wenn ich jetzt den Gauschenweichzeichner hier einmal hochziehe, dann sehen wir, dann haben wir jetzt hier den Hintergrund schön weich gezeichnet. Also in dem Fall ist er nicht schön weich gezeichnet, aber um das einfach zu demonstrieren, dass er jetzt den Hintergrund komplett weich zeichnet, sieht das gut aus. Hier würde ich eher sagen, wir wollen das ja nicht übertreiben. Da reicht ein ziemlich moderater Wert. Das ist natürlich auch von Bild zu Bild verschieden. Was ich aber für dieses Bild viel, viel, viel interessanter finde, ist der Button verdreht. Verdreht lässt jetzt das Bild in eine Art Time Warp wechseln. Also dieses typische Bild, ich sage jetzt mal, wer Raumschiff Enterprise von früher kennt, wenn das Raumschiff in den Warp-Antrieb geht, dann ist das doch wie so ein, ich sage mal, so ein Swoosh-Effekt, der dadurch erzeugt wird. Das kann ich jetzt auch hier mit diesem Vertrehtregler machen. Ich zeige dir das Ganze mal. Wenn ich den Wert hier richtig hochziehe, sehen wir, bekommen wir so einen, ich sage jetzt mal, Swoosh-Effekt hier drauf. Also man hat das Gefühl, dass das Portrait, dass das Model hier in so einem Time Warp sich durch die Gegend bewegt. Finde ich, ist ein super cooler Effekt, um mit Portraitbildern hier zu arbeiten. Was wir noch machen können, wir können jetzt natürlich über den Winkel auch noch arbeiten. Wenn ich den Winkel allerdings anpasse, dann kriegen wir nicht gerade Linien, die man ja hier ganz gut erkennen kann, sondern das Ganze fängt an, sich zu drehen. Und zwar entweder im Uhrzeigersinn oder natürlich auch gegen den Uhrzeigersinn. Also all das hat einen wirklich schönen Effekt. Mir gefällt dieser Weichzeichner mit diesem Vertreht, ich bin mal ehrlich, am besten. Die anderen, ja, Gauss-Schuss-Weichzeichnen, okay, Bewegung ist auch noch ganz interessant. Kommen wir gleich zu Tilt-Shift, da kann man diese Miniatur-Ansichten erstellen. Ja, hat mit Sicherheit alles seine Bewandtnis, aber ich muss ganz ehrlich sagen, verdreht ist für mich hier absolut die Nummer 1, was das Weichzeichnen angeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt hier dieses Time Warp, dieses, ja, aus dem Bild herauskommen am besten für dieses Bild. Aber es gibt natürlich auch noch die beiden anderen Möglichkeiten, weich zu zeichnen, Bewegung und Tilt-Shift, die wollen wir uns natürlich auch anschauen. Dafür rufe ich mir jetzt mal dieses Bild auf, gehe wieder zurück in den Bereich Bearbeiten und rufe mir den Weichzeichner in der Rubrik der Kreativen nochmal auf. Dieses Bild ist vor einigen Jahren auf dem Nürburgring entstanden, beim WEC-Weltcup-Rennen der Langstreckenmeisterschaft. Und ich finde, hier könnte man tatsächlich mal gucken, ob man dieses Tilt-Shift nutzt, um hier so eine Miniaturansicht zu bekommen. Wir rufen uns Tilt-Shift einfach mal auf und sehen dann, dass wir dieselben Einstellmöglichkeiten haben. Wir haben hier die Menge. Damit kann ich bestimmen, welcher Teil unscharf und welcher Teil scharf dargestellt werden soll. Wir sehen jetzt auch, dass wir hier nicht die Möglichkeit haben, einen Winkel zu bestimmen. Den gibt es hier nicht. Aber wir haben die Möglichkeit, über Weichzeichnen, Mitte positionieren und den Bereich auch anzeigen zu lassen. Was wird jetzt hier unscharf dargestellt und was wird scharf dargestellt? Nun kann man hergehen und kann sagen, okay, man macht das, naja gut, ganz klein, ist vielleicht ein bisschen blödsinnig, aber man kann hergehen und könnte das zum Beispiel so darstellen. Und schon hat das Ganze etwas von so einer Miniaturansicht. Man kann das auch noch ein bisschen anpassen. Also wir haben hier insgesamt fünf verschiedene Bereiche. Wir haben hier unten, ich sage jetzt mal, vollkommene Unschärfe. Hier fängt das an, weniger zu werden. Hier haben wir den Bereich, der scharf dargestellt wird. Einmal unterhalb der Mittellinie, einmal oberhalb der Mittellinie. Und hier verläuft das Ganze wie unten. Das können wir natürlich auch hier hin und her schieben. Man kann sagen, okay, man will nur in dem oberen Bereich Unschärfe entstehen lassen oder im unteren Bereich. Da müsste man dann entsprechend die Linien hier anpassen. Aber dieses Tilt-Shift funktioniert am besten, wenn man das so anwendet. Und das hat ja schon so ein bisschen was von dieser Miniaturansicht. Vielleicht kann man auch noch ein Stück runtergehen. Dann wirkt das hier hinten sehr, sehr klein. Die Fahrzeuge hier im Vordergrund wirken im Verhältnis zu dem kleinen Fahrzeug hinten groß. Und das gibt diesen interessanten Tilt-Shift bzw. Miniatur-Effekt. Ist nicht ganz so meine Welt. Damit habe ich so gut wie noch nie gearbeitet. Um ehrlich zu sein, eigentlich noch gar nicht. Das ist jetzt so das erste Mal, dass ich das jetzt hier ausprobiert habe. Aber ich wollte dir natürlich auch dieses Tilt-Shift nicht vorenthalten. Und ich würde es tatsächlich jetzt so erst einmal abspeichern und finde, dass das so eigentlich ganz interessant aussieht. Die letzte Möglichkeit dafür zeige ich dir auch wieder ein Bild von dem entsprechenden Autorennen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe das Ganze hier schon einmal ausprobiert. Ihr seht, wie es aussieht. Wenn wir das mal ausschalten, das ist vorher, das ist nachher. Was habe ich gemacht? Wir setzen diesen Filter mal zurück und löschen ihn, gehen in die Werkzeuge, gehen runter zum Weichzeichner, öffnen ihn, gehen auf den Bewegungseffekt, ziehen jetzt die Menge einfach mal nach oben. Und ihr seht, das ist natürlich nicht das, was ich gerne haben möchte. Hier brauche ich also wieder die Maskierung. Ich nehme maskieren AI und jetzt soll er mir natürlich das Fahrzeug anzeigen. Ich möchte hier das Verkehrsmittel nutzen. Das zeigt er mir jetzt hier auch an. Das ist leider noch nicht hundertprozentig. Gehen wir also mit dem Pinsel nochmal drauf und passen dann die Größe entsprechend an. Wir gehen nochmal zurück. Ich möchte mir die Aktion anzeigen lassen. Gehen jetzt auf das Pinselwerkzeug. Machen die Größe etwas kleiner. Und dann zeichne ich mir das hier ins Bild ein. Warum er mir jetzt allerdings den Pinsel nicht anzeigt, kann ich euch gerade nicht sagen. Naja. Gut. Ist halt so. Und dann male ich mir das jetzt hier mal so ein. Das reicht jetzt für die Demonstration. Was ich noch rausnehmen möchte, ist dieser Poller hier oben. So. Und malen wir das hier wieder rein. Und dann können wir jetzt in die Anpassungen gehen. Und ziehen jetzt die Menge mal. Fehler. Wir müssen natürlich eins machen. Wir müssen auf die Maskierungsaktionen gehen. Das Ganze invertieren. Und dann soll das natürlich so aussehen. Und jetzt können wir diesen Bewegungseffekt hier anwenden. Können wir relativ hoch einstellen. Ich sag mal irgendwas so in dem Bereich. Und dann kann man natürlich noch gucken, ob man das jetzt hier dreht. Würde ich an dieser Stelle aber nicht tun. Ich würde das Ganze in dem Falle so lassen. Das hat einen sehr, sehr schönen Effekt, wenn wir uns das vorher und nachher mal anschauen. Dadurch bekommen wir das Gefühl, dass das Auto in Bewegung ist. Wir bekommen diese Dynamik von einem Autorennen jetzt hier sehr, sehr gut ins Bild gesetzt. Gefällt mir unwahrscheinlich gut. Auch diese Möglichkeit weich zu zeichnen, werde ich sicherlich das ein oder andere Mal noch ausprobieren. Wie gesagt, das Gauschel ist sicherlich ganz interessant, wenn man noch ein bisschen Hintergrundunschärfe reinbekommen will. Tilt-Shift nutzen mit Sicherheit auch ganz, ganz viele Leute. Ist allerdings nicht so mein Anwendungsgebiet. Vielleicht ändert sich das in Zukunft. Ich denke, dass ich wahrscheinlich, wenn ich mit Weichzeichnen arbeite, mit Verdreht und Bewegung am meisten zu tun haben werde. Ich bin am Ende von diesem Video angekommen. Ich hoffe, das war wieder ein interessantes Video. Es hat dir wieder neue Informationen aufgetan. Es hat dir das Weichzeichnen-Tool in Lumina Neo vorgestellt. Und du weißt jetzt genau, wie du damit arbeiten kannst. Du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, ob du mit diesem Tool selber schon gearbeitet hast. Es ist zwar ein neues Tool, aber es ist ja schon einige Wochen auf dem Markt bzw. in Lumina Neo integriert. Ich bin gespannt, wie dein Feedback dazu ist und freue mich natürlich, deine Kommentare zu lesen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, du guckst bei meinen anderen Videos auch mal vorbei und wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ich dich im nächsten Video wieder begrüßen darf. Bis dahin, macht's gut, euer Björn. Ciao.